In diesem Video lernst du, wie du deinen eigenen Chatbot programmieren kannst, selbst wenn du jetzt gerade noch ganz am Anfang bist und selbst wenn du noch nie eine Zeile Code in deinem Leben geschrieben hast. Falls du mich noch nicht kennst, hallo, mein Name ist Yunus, ich bin Programmierlehrer und mit unserer Akademie bringen wir Quereinsteiger in den ersten IT-Job. Alles, was du in diesem Video lernst, kannst du eins zu eins nachmachen. Du kannst das Ganze allerdings auch für dich individualisieren, so dass du deinen eigenen Chatbot erstellen kannst. Der Chatbot, den wir heute erstellen werden, hilft uns programmieren zu lernen. Das heißt, man kann hier verschiedene Fragen stellen und der Chatbot erklärt einem das Ganze dann möglichst einfach. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Um unseren Code zu schreiben, benötigen wir einen Code-Editor. Der beliebteste Code-Editor ist VS Code. Den kannst du dir kostenlos herunterladen, indem du das Ganze einfach bei Google eingibst und dann auf Download drückst. Du kannst das Ganze sogar im Webbrowser laufen lassen, indem du einfach auf vs-code.dev gehst. Da musst du gar nichts installieren. Ich empfehle allerdings die installierte Version. Die hat ein paar mehr Features. Du kannst das Ganze für Windows, für Linux oder für Mac kostenfrei herunterladen. Du kannst VS Code genauso wie jede andere Software da draußen auch auf deinem Computer installieren. Und wenn du das Ganze geöffnet hast, dann siehst du so etwas hier. Hier hast du die Möglichkeit, Ordner zu öffnen. Denn jeder Programmiercode, den wir schreiben, befindet sich nämlich immer in einem Ordner. Ordner kannst du ganz einfach öffnen, indem du hier auf Open Folder drückst oder links oben auf File und dann auf Open Folder. Du kannst das Ganze auch auf Deutsch einstellen. Ich würde dir aber immer empfehlen, es auf Englisch zu lassen, denn da lernst du einfach am meisten und kannst auch am leichtesten Probleme googeln. Aktuell haben wir ja noch gar keinen Ordner, wo unser Programmcode rein soll. Deswegen musst du jetzt einen neuen Ordner erstellen. Du kannst den überall auf deinem Computer erstellen. Ich speichere meine ganzen Projekte immer auf C slash Dev slash YouTube ab, aber du kannst es speichern, wo du willst. Diesen Ordner habe ich mir direkt auf der C-Festplatte einfach angelegt. Wir können jetzt hier einen Rechtsklick machen, dann auf Neu und auf Ordner, um einen neuen Ordner anzulegen. Und ich nenne das Ganze jetzt einfach mal Chatbot-GPT, denn wir wollen ja heute mit Chat-GPT zusammenarbeiten. Ich wähle den Ordner jetzt einfach aus, indem ich auf Ordner auswählen drücke und dann öffnet sich der Ordner, der aktuell noch komplett leer ist, hier in VS Code. Hier links sehe ich den Ordner. Da sind jetzt aktuell noch keine Dateien drin. Die Dateien, die müssen wir erst anlegen. Dafür drücke ich auf New File und lege jetzt erst einmal meine erste Datei an und die heißt bei fast jeder Applikation, die eine Web-Applikation ist, immer Index.html. Du kannst sie theoretisch nennen, wie du willst, aber das hier ist immer so der Standardname und dabei würde ich erstmal auch bleiben. Und dieses .html am Ende, das muss auf jeden Fall sein. Hier kannst du jetzt deinen ganzen Code reinschreiben und das machen wir auch gleich. Vorher installieren wir allerdings noch eine Erweiterung, um einfach ein bisschen komfortabler coden zu können. Dafür gehst du hier auf Extensions, das heißt Erweiterung auf Englisch und suchst dann nach Live Server. Das hilft dir nämlich dann gleich alles direkt im Web-Browser zu öffnen. Später können wir das, wie gesagt, auch aufs Handy schieben, aber jetzt erstmal wollen wir es im Web-Browser laufen lassen. Ich drücke hier auf Install, das mit 51 Millionen Downloads ist wohl die, die wir haben wollen, die populärste. Und nachdem ich auf Install gedrückt habe, installiert das Ding automatisch. Jetzt können wir hier links oben wieder auf Explorer gehen, um unsere Dateien wieder zu sehen und hier mit einem Klick darauf die Dateien auch öffnen. Wir wollen jetzt HTML-Code schreiben und mit HTML-Code sagst du immer, welche Elemente sich auf deiner Internetseite befinden sollen. Ich rede jetzt immer von einer Internetseite, aber inzwischen haben Internetseiten und Apps nicht mehr so viele Unterschiede. Du kannst das Ganze in Windows-Apps, in Mac-Apps, in iPhone-Apps, Android-Apps und so weiter ziemlich easy umwandeln. Ich füge jetzt hier erst einmal ein Ausrufezeichen ein und drücke dann auf Enter. Und dann habe ich hier das sogenannte HTML-Grundgerüst. Das sind jetzt erstmal eine ganze Handvoll Befehle. Das sind die Befehle, die du immer in jedem HTML-Dokument brauchst, um erstmal eine komplett weiße, leere Internetseite zu schaffen. Da steht dann zum Beispiel drin, dass es sich um ein HTML-Dokument handelt, dass die Sprache Englisch ist. Da kannst du auch DE reinschreiben, dann ist die Sprache von dem Dokument Deutsch. Dann noch so ein paar Metainformationen über deinen Bildschirm, über die Zeichen, die du schreiben kannst hier drin. Ja, UTF-8 heißt alles, also auch Umlaute und so weiter. Und dann hier einfach der Titel von deiner Applikation. Wir nennen das Ganze einfach mal Chatbot. Und hier unten, da wo Buddy steht, ja hier fängt es an und hier hört es auf. Das sieht man immer an diesem Slash hier vor dem Ende von dem Befehl. Hier in Zeile 9, da wird alles eingefügt, was wir dann am Ende des Tages brauchen, um unseren Chatbot zu schreiben. Ja, das heißt, hier wird jetzt alles, was wir auf unserer Internetseite oder in unserer App sehen wollen, eingefügt. Ja, wir machen jetzt die Seite erstmal so auf, wie sie jetzt ist. Nachdem du diesen Live-Server hier installiert hast, kannst du hier einfach Rechtsklick machen und sagen Open with Live-Server. Anschließend öffnet sich hier eine Internetseite und die ist, wie gesagt, noch komplett leer. Ich packe das Ding jetzt mal auf die linke Seite und auf die rechte Seite. Und jetzt haben wir das Ganze hier so ein bisschen verteilt, sodass wir hier unseren Code sehen können auf der linken Seite und auf der rechten Seite unsere Internetseite. Ich kann das hier auch so verschieben. Und dann hast du hier halt gleich die richtigen Maße, wenn es dann später zum Beispiel eine Smartphone-App oder sowas werden soll. Wenn du das Ganze nicht mit Live-Server öffnen möchtest, kannst du auch hier einen Rechtsklick drauf machen und dann sagen Reveal and File Explorer. Dann siehst du deinen Ordner, den du eben angelegt hast mit allen Dateien da drin und du siehst, dass man diese HTML-Datei, die wir hier erstellt haben, genauso sehen wir hier links oben. Und wenn du da einen Doppelklick drauf machst, dann öffnet die sich auch ganz normal in deinem Web-Browser. Mit diesem Live-Server, womit wir das gerade geöffnet haben, haben wir den ganz großen Vorteil, dass wir jetzt allerdings noch sehen, dass sich das Ganze automatisch aktualisiert. Das heißt, wenn ich hier jetzt Hallo reinschreibe und das Ganze speichere, dann wird es, sobald wir auf Speichern drücken, also STRG und S, automatisch hier auf der rechten Seite angezeigt. Und so können wir natürlich viel schneller entwickeln, als wenn wir das Ganze jetzt alles immer neu laden müssen, indem wir hier reingehen und dann hier auf Aktualisieren drücken. Wir wollen jetzt erst einmal eine Überschrift einfügen, ja so etwas wie mein Chatbot oder sowas. Das Ganze können wir machen, indem wir jetzt alles von Null schreiben oder indem wir gleich am Anfang nochmal ein Design-Framework importieren. Damit können wir einfach viel, viel, viel schneller arbeiten und ich habe ein eigenes Design-Framework nur für dich geschrieben, damit du von Anfang an schicke Komponenten in deiner Seite einfügen kannst. Dieses Design-Framework fügst du ganz einfach in deine Applikation ein mit einem Befehl, den ich dir ebenfalls auch in der YouTube-Beschreibung verlinkt habe. Und zwar schreibst du einfach Link und drückst auf Enter und hier, wo jetzt dein Cursor hingesprungen ist, da musst du eine URL einfügen und die steht ebenfalls in der YouTube-Beschreibung. Und jetzt sehen wir schon, dass sich hier einiges geändert hat. Die Schrift ist auf einmal weiß und der Hintergrund ist dunkel und gleichzeitig hast du jetzt die Möglichkeit, hier verschiedene Komponenten einzufügen. Du kannst jetzt hier statt einfach nur dem Wort Hallo und so weiter und so fort verschiedene Befehle einfügen, um unsere App gleich ein bisschen schöner zu machen. Zum Beispiel kannst du hier einfach mal das Wort Header schreiben und dann auf Steuerung S zum Speichern drücken. Jetzt siehst du, dass hier oben ein Header eingefügt wurde und wenn ich jetzt hier so etwas wie Chatbot reinschreibe und dann auf Speichern drücke, dann sehen wir, dass das hier oben auch gleich eingefügt wird. Das sieht jetzt sehr groß aus, das liegt daran, dass ich einen Zoom hier drin habe. Wenn ich auf Steuerung und Null drücke, dann sind wir nicht mehr reingezoomt, dann haben wir die originalen Seitenverhältnisse. Und wir haben jetzt hier bereits unseren Header eingefügt. Genauso können wir jetzt auch weitere Sachen einfügen, wie beispielsweise ein Input-Feld. Du siehst, ich schreibe einfach nur das Wort Input und soweit ich es fertig geschrieben habe, wird hier schon was vorgeschlagen. Ich drücke einfach auf Enter und dann habe ich den ganzen Text hier, den ganzen HTML-Code automatisch eingefügt. Wenn ich jetzt auf Speichern drücke, dann sehen wir unser Input-Feld gerade allerdings noch nicht so gut. Da müssen wir noch mal so ein bisschen nachhelfen. Am besten kann man die Textfelder immer erkennen, indem man einen Container einfügt. Und dafür schreibe ich einfach Punkt Container und drücke auf Enter. Jetzt sehen wir, dass hier ein Befehl eingefügt wurde und dabei handelt es sich um einen sogenannten Div-Container, der hier auch eine sogenannte Klasse hat. In dieser Klasse sieht das Ganze gleich nach etwas aus und das sehen wir jetzt aktuell noch nicht. Wenn wir hier aber jetzt dieses Input-Ding reinschieben, ich mache das Ganze mal, dafür markiere ich das, drücke Steuerung X und hier oben jetzt Steuerung V und dann auf Speichern drücke, dann sehen wir, dass das Ganze hier auf jeden Fall schon mal eingerückt wurde. Das reicht jetzt natürlich noch nicht für alles, aber wir sehen hier, dass es Schritt für Schritt langsam besser wird. Wir können jetzt hier noch einen Placeholder hinzufügen. Dafür tippe ich hier einfach, bevor diese Klammer zugeht, Placeholder und sage hier, bitte Frage stellen. Ich sehe jetzt, dass das Ganze hier drin ist. Dieses Eingabefeld befindet sich, wie gesagt, in einem Container. Diesen Container, den können wir allerdings nicht sehen. Wenn du diesen Container sehen möchtest, kannst du dem immer eine sogenannte Klasse hinzufügen. Klassen sorgen dafür, um das Aussehen von einem Container zu verändern. Standardmäßig haben Container nämlich gar kein Aussehen. Wenn ich diese Klasse namens Container hier zum Beispiel entfernen würde, dann sehen wir, dass das hier einfach so ganz links irgendwo ist. Es gibt nicht nur die Klasse Container, sondern auch die Klasse Show-Now. Wenn du diese Klasse hinzufügst, dann siehst du, wie der Container außerhalb aussieht. Wenn wir jetzt hier die Klasse Container noch hinzufügen, kannst du das ebenfalls, einfach mit einem Leerzeichen. Und dann siehst du, dass sich der Container nicht ändert, nur die Eigenschaften von dem Container, dass die inneren Elemente hier eingerückt sind. Du hast also die Möglichkeit, jetzt diesen Container mit dieser Klasse Show-Now anzuzeigen. Die kannst du allen Elementen hinzufügen. Wenn du wissen möchtest, wo dein Header ist, kannst du dem ebenfalls die Klasse Show-Now geben und dann wird der Header angezeigt. Das ist einfach so eine kleine Hilfe für dich, damit du siehst, an welchem Element wir gerade arbeiten. Denn meistens sind die Elemente ja unsichtbar, wie beispielsweise dieser Container. Man sieht Elemente wie diesen Header hier, auch wenn nur leicht. Und dann hat man hier diesen Input, den man auch nicht so gut sieht, nur wenn man ihn anklickt. Und dann brauchen wir noch irgendein Element, um die Nachricht abzusenden. Da würde ich jetzt einfach mal einen Button einfügen. Dafür schreibst du einfach Button, drückst auf Enter und hier schreibst du jetzt sowas wie Senden oder Fragen oder so. Wir sehen jetzt, dass der gesamte Container auch so leicht unter den Header läuft. Und allgemein sollte das ja vielleicht nicht hier sein, sondern weiter unten. Und dementsprechend möchte ich das jetzt irgendwie nach unten ziehen. Da gibt es ebenfalls einen Befehl, den du hier einfügen kannst, ebenfalls eine CSS-Klasse. Diese CSS-Klassen, die ich hier einfüge, die kommen alle von mir, von diesem Design-Framework, was du hier oben importiert hast. Später kannst du diese ganzen Klassen auch selber schreiben mit der Sprache CSS. Neben HTML, was wir gerade schreiben, und JavaScript, was wir gleich schreiben für die Logik, kann man mit CSS noch sagen, wie die Elemente aussehen sollen. Weil das Ganze jetzt aber hier den Rahmen sprengen würde, machen wir dieses CSS heute nicht. Dafür haben wir aber auch Tutorials auf diesem Kanal, wenn dich das Ganze interessiert. Und wir wollen jetzt hier einen Container einfach so nach unten ziehen mit einer CSS-Klasse, die bereits existiert. Dafür schreibe ich einfach Container-Bottom, speichere das Ganze und sehe, dass unser Container jetzt hier nach unten gezogen wurde. Und wie gesagt, wenn du den Container da unten jetzt anzeigen möchtest nochmal, dann kannst du hier einfach sagen Show-Now. Und dann siehst du ihn da unten. So sieht das Element, was wir jetzt gerade mit diesem Befehl Container-Bottom nach unten gezogen haben, hier aus. Das ist ganz cool. Und jetzt müssen wir natürlich noch irgendwie unsere Nachrichten anzeigen. Für die Nachrichten brauchen wir einen neuen Container. Dafür schreibe ich hier so wie eben auch Div und habe dann schon mal einen neuen Container, den wir aktuell natürlich noch nicht sehen. Dafür sage ich jetzt einfach mal Class Show-Now. Genau, jetzt sehen wir den aber immer noch nicht, denn Container haben standardmäßig eine Höhe von 0 und eine Breite von 0. Man sieht sie also nicht. Wenn ich hier jetzt ein A oder sowas einfüge, dann wird er auf einmal angezeigt. Dann ist die Breite nämlich plötzlich hier komplett und die Höhe ist auch so hoch wie der Buchstabe, der da drin ist. Und hier müssen wir jetzt unsere Nachrichten einfügen. Nachrichten kommen ebenfalls in einen Container, also wieder in einen Div, allerdings mit einer anderen Klasse. Und zwar mit der Klasse MSG. Hier kann ich jetzt reinschreiben Hi und dann poppt hier oben plötzlich so eine Message auf, wo steht Hi. Genauso kann ich jetzt auch weitere Messages einfügen. Dafür dupliziere ich die Zeile einfach mal und dann sehe ich hier, dass mehrere Nachrichten hier so drinstehen. Und da kann ich jetzt mitarbeiten. Hier steht jetzt zum Beispiel, wie geht's. Und diesen ganzen Kasten hier, den können wir jetzt auch nochmal so ein bisschen nach unten schieben. Dann sieht das Ganze nochmal ein bisschen hübscher aus. Das Ganze machst du, indem du hier eine weitere Klasse hinzufügst zu dem ganzen Container hier. Und den wollen wir weiter runter schieben. Und diese Klasse heißt MT. Die kommt ebenfalls aus meinem Design Framework und das Ganze steht für Margin Top. Wenn ich hier beispielsweise sage MT 16, dann wird hier alles um 16 Pixel so nach unten geschoben. Und ich finde, das sieht jetzt schon mal ganz gut aus. Und dieses Show Now, das würde ich jetzt auch mal wieder rausnehmen. Einfach, damit wir wissen, wie das Ganze jetzt aussieht. Container können wir aber als Klasse hinzufügen. Dann ist alles ebenso eingerückt wie hier unten. Ja, diese Einrückung macht es meiner Ansicht nach so ein bisschen besser lesbar. Gerade wenn man es hier so größer hat oder kleiner, sieht man das hier immer ganz gut. Ich habe mich jetzt gerade noch einmal in meinem Design Framework eingeloggt und habe das Design nochmal leicht angepasst. Ich habe die Schriftart hier kleiner gemacht und habe auch hier den Abstand angepasst. Das sind all solche Späße, die du dann mit CSS machen kannst, wenn du das beherrschst. Da kannst du nämlich genau sagen, wie jedes Element aussehen soll und kannst es so lange verändern, bis es für dich passt. Neben dieser CSS-Klasse MSG habe ich auch noch eine CSS-Klasse Message-Me erstellt für dich. Wenn du diese hier einfügst, dann wird es als eigene Nachricht auf der rechten Seite hier formatiert. Und das sieht natürlich auch nochmal so ein bisschen hübscher aus. Das heißt, du hast jetzt hier eigene Nachrichten und Nachrichten von dem Bot. Und deine Nachrichten werden auf der rechten Seite angezeigt und die eigenen vom Bot, die natürlich auf der linken. Und damit haben wir jetzt hier schon mal unseren eigenen Chat gebaut, der natürlich erstmal nur grafisch funktioniert. Und wir müssen das Ganze jetzt irgendwie zum Leben erwecken. Das heißt, wir müssen sagen, dass wenn wir jetzt hier irgendwo drauf drücken, dass dann das Ganze auch automatisch hier angezeigt wird und standardmäßig hier nicht steht. Vielleicht könnte hier eine Standard-Machricht ganz am Anfang stehen. Hi, bitte stelle mir deine Frage oder sowas. Da kannst du dich auch selber gerne verewigen und kannst dir was Eigenes ausdenken. Aber ich finde es ganz cool. Und der Rest hier, der kommt dann erst, sobald ich hier anfange, unten etwas einzutippen. Um diese Logik umzusetzen, benötigen wir, du hast es dir wahrscheinlich schon gedacht, JavaScript. Mit JavaScript können wir nämlich hier jetzt diese Logik umsetzen. Mit HTML sagt man nur, was angezeigt wird und mit JavaScript hat man die Logik dahinter. JavaScript kannst du ganz einfach erstellen, indem du hier links auf Explorer drückst. Das hier können wir übrigens mal schließen und eine neue Datei anlegst. Rechtsklick einfach und New File und die nennst du irgendwas, egal wie. Ich nenne sie meistens am Anfang Script.js. Diese Endung hier hinten, die ist ganz wichtig. Hier kannst du jetzt deine Logik reinschreiben. Wir müssen diese Datei dafür aber noch einbinden bei uns. Dafür gehst du hier ganz nach unten, kurz bevor dieser Buddy beendet wird, denn unsere ganze Logik von unserer Seite kommt ja in diesen Buddy rein. Und hier schreibst du jetzt einfach das Wort Script und drückst auf Enter. Mit Script hast du die Möglichkeit, verschiedene Skripte für Logik auf deiner Seite einzubinden. Wir wollen unser eigenes Skript schreiben. Es gibt aber auch viele fertige, die man einbinden kann. Wir sagen jetzt hier Source, also SRC, drücken wieder auf Enter und können jetzt hier unser Skript einbinden. Und das heißt ja Script.js. Und genau das müssen wir schreiben. Das wird uns sogar schon vorgeschlagen, wenn wir anfangen zu tippen. Ich bestätige einfach mit Enter. Jetzt haben wir unser Skript eingebunden und können jetzt anfangen, Workflows zu definieren. Ich könnte jetzt beispielsweise sagen, dass wenn unser Formular hier unten, das ist ja ein Formular mit einem Textfeld und einem Button, abgeschickt wird, dass dann automatisch ein Workflow getriggert wird. Also ein Workflow geht los und dieser Workflow soll den Text nehmen und da rechts oben anzeigen. Ja, das können wir erstmal machen und dafür müssen wir erstmal sagen, dass dieser Teil, ja, also ich kann es nochmal anzeigen, welcher Teil das ist, indem ich hier Show Now eintippe. Dieser Teil, der jetzt hier rechts unten zu sehen ist, der Teil, der soll jetzt ein Formular werden. Dafür sage ich hier, dass es kein normaler Container mehr ist, sondern ich schreibe das Wort Form. Und hier unten, wo es zugeht, auch wieder Form. Und damit habe ich jetzt geschafft, dass es ein Formular ist. Man sieht hier keinen Unterschied. Der Unterschied kommt erst gleich, denn ich kann jetzt hier, dieses Show Now können wir mal wieder rausnehmen, einen neuen Befehl hinzufügen, den man einem normalen Div-Container nicht hinzufügen kann. Und zwar heißt der Befehl OnSubmit. Auf Englisch und auf Deutsch würde das heißen, beim Absenden. Ja, das heißt, beim Absenden soll jetzt ein Workflow getriggert werden. Wir wollen ein Workflow starten und den dürfen wir nennen, wie wir wollen. Zum Beispiel Post Chat Message oder sowas. Klammer auf, Klammer zu. Das musst du bei jedem Workflow, aka bei jeder Funktion, immer machen. Außerdem musst du hier noch sagen, wohin das Formular dich danach weiterleiten soll. Wir wollen auf dieser Seite bleiben, deswegen fügst du hier ein Semikolon ein und schreibst Return False. Damit bleiben wir auf dieser Seite. Jetzt kannst du hier drauf auf Fragen drücken und dann wird der Workflow getriggert. Das geht allerdings nur, wenn wir den natürlich jetzt auch in der JavaScript-Datei anlegen. Dafür können wir in diese Script-Datei gehen. Ich habe die hier in beiden Tabs offen. Du kannst sie auch hier über den Explorer immer öffnen und sage jetzt, dass wir einen neuen Workflow anlegen wollen. Und das macht man immer mit dieser Schreibweise. Wir schreiben zunächst einmal Function, dann den Namen unseres Workflows, Klammer auf, Klammer zu und dann eine geschweifte Klammer auf und eine geschweifte Klammer zu. Hier zwischen diese geschweiften Klammern, da kommt jetzt unsere Logik rein. Das heißt, ich kann hier jetzt genau sagen, was passieren soll. Und zum Beispiel sagen, dass ich aus dem Textfeld hier unten den Text rausholen möchte und dann hier oben ein neues HTML-Element einfügen möchte. Ich möchte also ein HTML-Element in diesen Container hier einfügen. Das ist ja der Container. Wir können ihn auch wieder mit Show-Now anzeigen lassen. Das kannst du immer machen. Und in diesen Container, da soll genau solch ein Element hier eingefügt werden. Wir können weitere HTML-Elemente wie dieses hier einfügen, indem wir diesem Container hier eine ID geben. Ich sage also, bevor diese Klammer hier zugeht, ID gleich und dann diese Anführungszeichen und kann das Ganze nennen, wie ich möchte. Ich nenne das jetzt einfach mal Message-Container. Ja, ein Wort ohne Minus und sowas und mit großem C, dann kann man es besser lesen, finde ich. So, und nachdem wir das Ganze gemacht haben, sage ich jetzt hier einfach Message-Container.innerHTML. Bitte auf Groß- und Kleinschreibung achten, das ist ganz wichtig. Und dann sage ich gleich und diese zwei rückwärts zeigenden Anführungszeichen. Ja, diese zwei Anführungszeichen, die sind rechts oben auf der Tastatur neben der Backspace-Taste, also neben der Löschen-Taste. Ja, und die fügst du ein und hierzwischen kannst du jetzt HTML-Code einfügen. Ich habe dir übrigens, so wie immer, auch den gesamten Code hier unter dem Video verlinkt. Da kannst du immer nachgucken, wenn irgendetwas bei dir nicht funktionieren sollte, dann hast du dich wahrscheinlich verschrieben. Und in diesem Fall solltest du einfach mal vergleichen mit dem Code, der hier unter dem Video ist. Bei uns in der Weiterbildung ist es übrigens auch so, dass du permanent Ansprechpartner hast, die dich auf deinem Weg begleiten. Denen kannst du dann immer deinen Code schicken und kannst sagen, hey, klappt irgendwie nicht, kannst du mir Tipps geben, wie ich hier weiterkomme. Gleichzeitig hast du auch verschiedene Calls mit unseren Mentoren und da helfen sie dir ebenfalls live weiter. Ja, das heißt, da zeigst du ihnen deinen Code und die zeigen dir dann ganz genau, was du da verbessern kannst. Wir müssen jetzt hier einen HTML-Code einfügen und der HTML-Code, der sollte ja genauso aussehen wie dieser hier erstmal. Ja, das heißt, ich kopiere mir den einfach und füge den hier ein. So, jetzt haben wir noch sehr viel Leerzeichen, die haue ich alle mal raus. Ja, und dann möchte ich hier natürlich einen anderen Text einfügen. Ja, und zwar den Text aus dem Textfeld. Hier schreibe ich jetzt erstmal Test oder sowas rein. Ja, und wenn ich jetzt auf Fragen drücke, dann sehen wir, dass hier automatisch unser alter HTML-Content gelöscht wird und der neue zugewiesen wird. Das muss aber nicht sein. Wir können auch einfach den alten stehen lassen und den neuen zusätzlich hinzufügen. Dafür schreibst du hier kein Gleichzeichen, sondern ein Plusgleich. Wenn du das hast und jetzt hier auf Fragen drückst, dann sehen wir, dass jedes Mal eine neue HTML-Div hier hinzugefügt wird. Wenn du jetzt das Ganze als eigene Nachricht auf der rechten Seite anzeigen möchtest, dann haben wir ja gesagt, muss die Klasse hier geändert werden zum Message-Me. Und jetzt kannst du hier auf Fragen gehen und siehst, dass das Ganze hier funktioniert. Jetzt wollen wir natürlich, dass hier nicht immer Test steht, sondern wir wollen, dass hier der Text steht, den wir hier unten eingegeben haben. Aktuell ist das gar keiner. Und wenn ich hier jetzt beispielsweise Hallo schreibe, dann wäre es der Text Hallo. Auf diesen Text können wir ebenfalls zugreifen, indem wir diesem Feld hier unten, genauso wie wir das hier auch schon gemacht haben, eine ID geben. Diese ID, die füge ich immer am Ende, bevor diese Klammer hier zugeht, hinzu und schreibe ID gleich und nenne es jetzt einfach mal Chatfield. Du kannst es, wie gesagt, nennen, wie du willst. Das kopiere ich mir jetzt, damit ich mich nicht vertippe, gehe hier rüber und hier kann ich jetzt einfach Chatfield.value eintragen, um auf den Wert zuzugreifen. Jetzt funktioniert es noch nicht. Wenn ich hier jetzt irgendwas schreibe und auf Fragen drücke, steht hier auch einfach Chatfield.value, denn unser Programm weiß ja gar nicht, dass es sich hier um eine Variable handeln soll. Eine Variable heißt, dass wir hier keinen Text einfügen wollen, sondern Variable, das, was hier unten in dem Textfeld steht. Dafür müssen wir diesen Teil hier als Variable markieren und das machst du wie folgt. Du schreibst es in geschweifte Klammern, so und schreibst vor die geschweifte Klammer, bevor die hier aufgeht, noch ein Dollarzeichen. Und du siehst schon, dass sich die Farbe jetzt hier verändert und JavaScript damit erkennt, dass es sich hier um eine Variable handelt und um keinen einfachen Text. Wenn ich jetzt hier irgendwas schreibe und dann auf Fragen drücke, dann sollte es eigentlich funktionieren. In diesem Fall funktioniert es jetzt nicht und das liegt an diesem Punkt hier oben. Siehst du den Punkt hier neben diesem Index.html? Dieser Punkt heißt, dass wir diese Datei nicht gespeichert haben. Deswegen gehen wir nochmal hier rein und drücken STRG und S. Und das ist übrigens gerade bei Anfängern einer der häufigsten Fehler überhaupt. Also wenn bei dir etwas nicht funktioniert, dann liegt es sehr wahrscheinlich entweder daran, dass du dich vertippt hast oder dass du nicht gespeichert hast. Wir testen das Ganze jetzt nochmal. Ich schreibe hier wieder Hallo, drücke auf Enter und wir sehen, ich kann hier Sachen hinzufügen. Jetzt kann ich auch sagen Test oder wie geht's und so weiter und so fort. Jetzt möchte ich eigentlich noch, dass der Text danach da unten wieder gelöscht wird und das können wir ebenfalls machen, indem wir hier eine neue Zeile hinzufügen und unseren Workflow erweitern. Wir sagen hier Chatfield.value und mit gleich können wir immer etwas zuweisen. Hier kann ich jetzt leere Anführungszeichen hinzufügen. Ich kann hier auch diese Rückwärtszeigende nehmen, wie eben auch, aber auch normale oder einzelne. Das ist egal. Und wenn ich das jetzt mache, dann wird unser Chatfield resettet. Das Ganze wird hier zurückgesetzt. Das heißt, ich tippe Hallo ein, gehe auf Fragen und wir sehen, dass jetzt das Ganze hier wieder leer gemacht wird. Unseren Container hier oben möchte ich jetzt auch nicht mehr so anzeigen mit diesen gedotteten Linien, mit diesen gestrichelten. Das mache ich wieder weg. Und jetzt haben wir eigentlich schon einen Chatmessenger, der mehr oder weniger funktioniert. Ich kann hier irgendwas reinschreiben und es wird angezeigt. Jetzt wollen wir nur noch das Wichtigste haben und zwar unsere Antwort von ChatGPT. Und darum kümmern wir uns jetzt. Und das Coole ist, hierfür kannst du ebenfalls einen Workflow verwenden. Wir haben ja einen Workflow jetzt hier selber geschrieben. Workflows kannst du aber auch ganz einfach dir importieren. Das heißt, du kannst einfach googeln und wirst verschiedene Workflows, verschiedene sogenannte Funktionen finden. Und eine Funktion habe ich jetzt bereits für dich und zwar folgende. Die gebe ich dir jetzt einfach mal. Die ist ein bisschen schwieriger, deswegen schreiben wir die nicht selber, sondern die stelle ich dir bereit. Die sieht so aus und heißt Ask ChatGPT. Du kannst ChatGPT hier eine Frage stellen und das Ding hier stellt jetzt eine Anfrage an ChatGPT und wird das Ganze dann beantworten und dir als Antwort zurückgeben. Wie das Ganze funktioniert? Solche Sachen erklären wir bei uns in der Weiterbildung. Da gehen wir auch an diese ganzen Funktionen, an das Erstellen von Internetseiten und sowas noch mal viel langsamer ran. Da haben wir ganz viele Übungen, da hast du Projekte, Gruppenarbeiten, da musst du etwas abgeben und wir haben ganz viele Calls, wo wir dich unterstützen, sodass du da Schritt für Schritt rangeführt wirst und irgendwann auch solche Funktionen hier selber schreiben kannst. Eine Sache siehst du hier in dieser Funktion und zwar das hier. Hier steht dein API-Schlüssel, hier. Den musst du dir selber besorgen und hier einfügen. Ein ChatGPT-API-Schlüssel bekommst du auf der Seite von OpenAI. Hierfür musst du dich einloggen auf platform.openai.com. Das Ganze habe ich dir ebenfalls in der Beschreibung hier verlinkt. Nach dem Login drückst du hier rechts oben auf Settings und dann auf Create Project. Ich nenne das Ganze einfach mal JavaScript Chatbot und drücke auf Create. Anschließend drückst du hier auf Dashboard und dann hier links unten auf API-Keys. Da oben sollte dein Projekt jetzt ausgewählt sein. Nachdem du hier bist, kannst du nun einen neuen Secret Key erstellen, indem du hier einfach drauf drückst. Du kannst den nennen, wie du möchtest. Ich nenne das jetzt einfach mal so und drücke hier einfach ganz easy auf Erstellen und bekomme jetzt diesen API-Schlüssel, den ich hier einfach einfüge. So, nachdem ich den API-Schlüssel hier eingefügt habe, funktioniert das Ganze jetzt eigentlich und wir haben die Möglichkeit, hier unseren Workflow mit dem Workflow von hier unten zu erweitern. Das heißt, wir können jetzt, nachdem wir dieses Ding hier erstellt haben, noch einen weiteren Container erstellen und dort kommt die Antwort von ChatGPT rein. Das heißt, ich habe die Zeile einfach kopiert. Das hier wird jetzt aber eine Nachricht und zwar diese hier. Und jetzt kommt hier nicht mehr der Wert rein, sondern hier kommt jetzt der Workflow rein von ChatGPT. Also AskChatGPT, Klammer auf, Klammer zu. Und in diesem Workflow, da kommt jetzt als Frage noch der Wert aus unserem Textfeld rein. Ja, also wir gucken noch mal aus diesem Textfeld da unten, da soll der Wert jetzt noch rein. Und das machen wir so. Außerdem müssen wir jetzt noch auf diese Antwort hier warten. Ja, es ist so, dass diese Antwort ja aus dem Internet kommt und das Internet kann schon mal ein, zwei Sekunden brauchen. Und deswegen schreibt man hier jetzt folgendes rein und zwar await Leerzeichen. Ja, und das siehst du jetzt. Das ist jetzt so komisch unterstrichen, denn damit das funktioniert, musst du hier oben noch einen Befehl hinschreiben und zwar async. So, hier im Workflow war noch ein kleiner Fehler, den habe ich jetzt gefixt und jetzt geben wir hier Hallo ein und drücken auf Fragen. Und jetzt sehen wir hier Hallo und dann steht hier Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Und dann könnte ich zum Beispiel auch sagen, bitte erkläre mir, was diese Funktion macht. Doppelpunkt und die Funktion einfach mal einfügen, die wir gerade selber geschrieben haben. Und dann können wir einfach mal schauen, was ChatGPT hier antwortet. Und das finde ich schon mal ziemlich cool, dass wir es hier tatsächlich geschafft haben, mit ChatGPT zu kommunizieren. Und du hast jetzt quasi dein eigenes ChatGPT geschrieben. Natürlich nur das Frontend. Ja, die AI, die kommt ja immer noch von OpenAI selber. Auch wenn der Workflow hier jetzt nicht von uns stammt und wir ihn uns quasi kopiert haben, können wir ihn trotzdem verändern. Wenn du in der Dokumentation auf der OpenAI-Seite nachguckst, dann siehst du da auch übrigens sehr genau dokumentiert, was man hier alles wie ändern kann. Wir haben hier jetzt eine Rolle und zwar den User und der stellt eine Frage. Du kannst hier allerdings eine zweite Rolle einfügen mit der gleichen Struktur und jetzt musst du die nur noch mit so einem Komma hier trennen. Und es gibt hier eine Rolle System. Hier kannst du jetzt einen Content mitgeben und hier kannst du genau sagen, wie die Person antworten soll. Ja, das heißt, du könntest beispielsweise sagen, bitte antworte nur noch in Reimen auf jede Frage. Wenn ich jetzt nochmal sage, hallo, wie geht es dir? Sagt er, mir geht es wunderbar wie ein Fisch am klaren Meer. Also Reimen, da hat ChatGPT schon immer Probleme mit gehabt, aber trotzdem haben wir es hier geschafft, unsere Anweisungen an das System zu geben. Das Ganze ist jetzt hier natürlich noch nicht perfekt, aber du kannst jetzt deinen eigenen Chatbot machen, der in deinem eigenen Style antwortet. Und du kannst hier echt beliebig viel reinschreiben. Wenn du diese rückwärts zeigenden Anführungszeichen hier verwendest, dann kannst du sogar beliebig viele Zeilen schreiben und kannst jetzt hier antworten, bitte antworte auf jede Frage so einfach, dass es auch ein vierjähriges Kind versteht. Und wenn du jetzt fragst, was ist kalte Fusion und jetzt kommt hier raus, kalte Fusion ist, wenn man versucht, zwei winzige Dinge zusammenzudrücken und eine ganz große Energie zu machen, ohne dass es heiß wird, wie beim Kochen von Suppe. Also eigentlich perfekt zusammengefasst und ich finde das richtig cool, was man hier so alles machen kann. Und so kannst du das Ding jetzt auch so trimmen, dass es dir optimal beispielsweise beim Antworten von Programmierfragen hilft. Ich finde, das klappt hier schon richtig gut. Du könntest jetzt noch sagen, du bist Programmierlehrer. Dann das mit dem vierjährigen Kind und dann noch sowas wie, bitte antworte immer bildlich, zum Beispiel mit einer Tabelle und gebe ein Beispiel. Und wenn ich jetzt diese Funktion hier kopiere und sage, was macht diese Funktion, dann kommt hier echt die leichteste Erklärung, die du dir überhaupt vorstellen konntest. Stell dir diese Funktion vor wie einen kleinen Roboter-Postboten. Sein Name ist AskChatGPT, also der Name der Funktion. Er hat einen besonderen Job zu erledigen. Zuerst hat er einen magischen Schlüssel, API-Key, das ist der, den du dir von der OpenAI-Seite geholt hast. Und eine Adresse, API-URL, wo er hinlaufen muss. Das ist diese URL, von da laden wir uns die Antwort herunter. Die Adresse ist der Ort, wo er seinen Freund, den großen Computer, in Klammern einen Server, treffen kann. Dann bereitet er eine spezielle Nachricht, Buddy mit Messages, die er selbst verfasst hat und packt den wichtigen Schlüssel, API-Key, dazu. In der Nachricht erzählt er dem großen Computer, was es zu tun gilt. Er läuft zu der Adresse und dann geht es leider nicht weiter, denn wir haben gesagt, maximal 150 Tokens. Das kannst du aber natürlich noch erhöhen. Aber du merkst schon, das Ganze funktioniert echt richtig cool und du hast die Möglichkeit, hier deinen eigenen kleinen Chatbot zu bauen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Versuch das mal umzusetzen und den Code habe ich auch unter diesem Video verlinkt. Wenn du sagst, hey, du möchtest gerne programmieren lernen, du möchtest gerne in die Softwareentwicklung oder in der IT arbeiten, egal was du jetzt gerade machst, dann kannst du gerne mal auf unsere Internetseite gucken, denn genau das ist, was wir machen. Bei der Developer Akademie bringen wir Quereinsteigern auch komplett ohne Vorkenntnisse Softwareentwicklung bei und begleiten diese drei bis neun Monate und bringen sie dann in den ersten IT-Job. Wenn dich das Ganze interessiert, dann klick gerne mal auf den ersten Link ganz oben in der YouTube-Beschreibung. Da kannst du dich über unsere Weiterbildung informieren. Das Ganze geht in Vollzeit, in Teilzeit, auch nebenberuflich am Abend und am Wochenende. Und dann kannst du da auch ein kostenloses Beratungsgespräch mit unserem Team vereinbaren. Da können wir schauen, ob wir dir weiterhelfen können und vielleicht arbeiten wir schon bald zusammen. Ansonsten sehen wir uns natürlich hier, so wie immer, auf YouTube im nächsten Video wieder. Mach's gut, dein Yunus.